Die erste Runde führen und da ging es um Eindrückung von der Waag und einem Kolender. Ganz rechts oder ganz links, unten Seite aus, danke schön, sehr aufmerksam. Vielen Dank, Herr Gregor Hüten, Seite 5, da waren Sie auch wieder bei Ausstellungen gesehen. Also, da wollten Sie mal genau hinschauen auf die Seite von Horst Groß, zwei Wunden hier noch zu fahren, mit der Kategorie U13. Die erste Runde führen, die erste Runde führen, mit der Kategorie U13.